Herzlich willkommen zum dritten Teil der Basler Umfrage an der Spassnacht Special Edition. Heute zusammen mit Aladin und wir werden die Basler ein paar Fragen stellen. Danke! Was gefällt es? Ganz geil. Ja, ist ganz geil. Dann kann ich auch mal fahren. Ich denke schon. Ah, komm. Kein Problem. Wie heisst du? Lelia. Antonia. Antonia. Also, wer will. Einfach draufstehen. Mach YouTube. Okay, ein Video. Oh, ja! Oh! Am besten Balance halten. Hey, weisst du das? Oh! 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 Wie finden Sie es? Sehr gut! Oh! 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 Hey Jungs! Alessia Aja Das ist schon mal H2O getrunken Das ist Wasser Wir sind so gut Welche Vögel legen nie Eier? Welche Vögel legen keine Eier? Ja Ein Vögel legt Eier, die ich nicht sagen kann Spacht Wie viel Mal pro Tag die Erde den Mond umdrehen? Einmal, einmal Einmal, doch einmal Und wir sind hier international, 55 Hast du Jungs? 55 55 Keine Frage Keine halbe Sache Jungs Sagen wir, du hast ein Ei, das braucht 5 Minuten Wie viel haben denn 5 Eier? Ich habe ein Ei und das braucht 5 Minuten Wie viel haben 5? 25 Trink ich als Trostprestations das Rösel 5 Minuten Sie hat noch nie eine Dose bekommen Du hast 1 Ei, das braucht 5 Minuten zum Kochen Du hast 5, wie viel, wie lange braucht es? 5 Minuten, bitte hör auf mit so Sachen Die Erde tut nicht den Mond umdrehen, der Mond tut uns umdrehen Nein! Hilfe! Wir haben Mathieu verloren, irgendwann ist er Wir suchen schon seit 10 Minuten Wir finden ihn sicher noch Schau wie viel Prozent Kuhfleisch in veganem Fleisch drin ist 0,5 Was meinst du? 1,5 2,3 Geil Kommt nicht einmal ins Gleis, oder was? Nein, nicht wirklich, gar nicht Ja, super Ich probiere jetzt gerade das Bieren Sie mal Ja Es hat hier eine Bioflasche Mal schauen, was passiert Es rumpelt ein bisschen Aber es ist gut Steuern geht auch recht gut Aber es bremst gerade ein wenig Es ist ein wenig ruckig Achso Nein, ich finde es gut Ja Es war ja immer der Skater Ich war inline Ja Ah, jetzt kann ich aufsteigen Ich bin auch immer der Zusein, ja Sie sagen, ja Ja Ah 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 Ja Das ist das Gleiche. Bist du ja ganz sicher? Ja. In Italien? Nein, Französisch. Wie viel Mal pro Tag tut die Erde den Mond umdrehen? Einmal? 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 Nein, meine Leute sind da. Sorry. Welches Hotel ist hier? Hallo! Hallo! Hi! Was? Sag das Erste. Das Erste. Wie viel Alkintus habt ihr? Ich bin Alk genug. Wie viel Prozent Alkohol hat es in purem Ethanol? Wo? In purem Ethanol. Wo ist das? Wo ist das? Es ist Alkohol. Kann ich. Ich weiss es auch nicht. Wie viel vor Christus ist Jesus geboren? Nicht an diesem Tag, weil vor Christus ist... Vor Jesus ist vor Christus geboren. Nein, ich bin kein vor Christus, sondern vor Jesus geboren. Weil vor Christus heisst vor Jesus geboren. Ich möchte begrüssen. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich grüsse alle Leute, die in 40 und 55 wohnen. Denny ist Fahrraddun. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ich grüsse meine Lehrerin, Frau Bundy. Danke, weil ohne sie hätte ich nicht gewusst, dass das fünf Minuten ist. Lieber alle. 55 überall? International. Dankeschön. Fach münaß. Miranda ist die Haltung. continuing ist aktivant. Mein Kristi hat schlechter geklider. Ich mache Witz.